Stell dir vor, du steigst auf dein Motorrad und fährst einfach los. Nach Indien. Auf dem Landweg. Vor dir liegen tausende Kilometer Ungewissheit, während du dein Zuhause mit einer Staubfahne hinter dir lässt. Eine verrückte Schnapsidee. Vielleicht. Man kriegt hier kaum Luft. Man sieht kaum was. Schneid wie Sau. Aber sonst ist alles super. Ein verdammt großes Abenteuer? Auf jeden Fall. Wir haben genau das gewagt. Sechs Monate lang waren wir unterwegs. Wir ließen den Alltag hinter uns und tauchten ein in fremde Welten. Wir besuchten Orte, an denen der Puls der Zeit langsamer schlug, wo Menschen sich auf Einfaches besannen. Auf 28.000 Kilometern haben wir viele Grenzen überquert und sind mehrfach an die eigenen gestoßen. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie wir den reparieren sollen. Doch außerhalb unserer Komfortzone fanden wir genau das, was ein solches Abenteuer erst ausmacht. Das Gefühl wahrer Freundschaft und grenzenloser Freiheit. Das Gefühl wahrer Freundschaft, der Fest am incompetenten Teil des Ge Waveund und der炉 E 우리가 die выбoring Rope in der Zeit. Genau.